Hallo, ich bin Marco Fix aus Australien und ich möchte euch zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen in Österreich in diesem Jahres. Wir klingen vier Tage Gitarrenunterricht und Urlaub in der wunderschönen Landschaft Österreichs. Willkommen zu meinem ersten Austria Guitar Retreat, 25. bis 29. August 2019. Das Austria Guitar Retreat findet statt auf Schloss Wolfstein Kochholz an der Donau. Alles inklusiv Mahlzeiten, Unterkunft, Unterricht. Partner sind auch willkommen, aber gegrenzt auf 14 Teilnehmer. Die Kurse finden täglich für vier Stunden statt und die Nachmittage sind frei zum Üben, Entspannen oder auch Sightseeing natürlich. Kombinieren Sie Musik mit einem Urlaub. Es ist für diejenigen, die an Fingerstyle Gitarre interessiert sind, einige Erfahrungen notwendig. Wir werden einige klassische Stücke im Chad Atkins Stil spielen, einige Blues, auch Pop sowie Beatles, Gitarre Percussion und lernen die Struktur der Musik kennen und erkunden Improvisation Technik. Ich werde auch über Bühnenkunst diskutieren und wie man mit Nerven umgeht und Vertrauen aufbaut und vieles mehr. Natürlich gibt es auch viele Möglichkeiten, in eine freundliche und inklusive Atmosphäre zusammenzuspielen. Bitte melden Sie Ihr Interesse an. Ich freue mich auf ein Treffen in Österreich im August. Ich freue mich auf ein Treffen in Österreich im August. Ich freue mich auf ein Treffen in Österreich im August.